Ich bin froh, dass ich starten durfte, dass mir das ermöglicht wurde. Dass es dann noch mal so gekrönt wird, ist klasse. Hatten Sie Tränen in den Augen? Ich hatte schon Tränen in den Augen, als meine kleine Tochter und meine Frau im Spielertunnel standen. Da kam schon mal ganz kurz so ein Moment. Danach war einfach pure Freude. Eigentlich habe ich beim Zurücklaufen schon gedacht, wechsel ruhig, ist alles okay, mehr kann nicht kommen. Was kommt jetzt? Wie machen Sie weiter? Ich schätze viel Bier erst mal. Glauben Sie den Verein erhalten? Erst mal nicht. Aber wer weiß, vielleicht in Zukunft. Danke. Danke auch. Da geht die Party weiter beim SV Meppen. Und da geht noch mal das Herz in die Hose. Guckt euch das an. Wie ein Popser feiern sie Thilo Leugers. Ich finde persönlich, das sagt sehr, sehr viel über das Teamgefühl aus beim SV Meppen. Und da gab es viele Diskussionen in dieser langen Rückrunde. Aber es stimmt offenbar. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.